Sicher ist euch bewusst, dass die Qualität eines Interviews stark von der Kompetenz des Interviewpartners abhängt. Einige Themen erfordern die Einschätzung oder die Erklärung eines Experten, doch es ist gar nicht so einfach, den richtigen Gesprächspartner zu finden. Fakten, Erklärungen, auf den Punkt gebrachte Einschätzungen, unterhaltsame Anekdoten und persönliche Meinungen, die der Zuschauer so noch nie gehört hat, im Idealfall kann ein Experteninterview all das leisten. Die Wirklichkeit sieht jedoch oft anders aus. Nur weil jemand Experte ist, macht ihn das also nicht zwangsläufig auch zu einem guten Gesprächspartner. Wir schauen uns das mal in der Praxis an. Hallo Herr Dr. Meise, Sie sind der Experte für Windkraftwerke des Naturschutzbundes Deutschland. Können Sie unseren Zuschauern bitte erklären, wie eine solche Anlage funktioniert? Mit Vergnügen. Windkraft, das ist für viele die neuerbare Energie. Sie ist sauber und nachhaltig. Viele vergessen aber dabei die Vogelwelt. Die neuere Generation von Windkraftanlagen stören die meisten der untersuchten Brutvogelarten nicht unbedingt stärker als die alten Anlagen. Allerdings nimmt bei Rastvögeln die Störungsempfindlichkeit mit der Anlagengröße zu und auch das Kollisionsrisiko erhöht sich. Die Gefahr für Vögel und Fledermäuse an einem Rotor zu verunglücken, wird dabei vor allem durch den Standort beeinflusst. Windkraftanlagen gehören nicht an Gewässer oder in Wälder, weil es hier zu den meisten Umfällen mit Vögeln oder Fledermäusen kommt. Hallo Herr Dr. Durchblick. Sie sind Professor für Erneuerbare Energien an der Technischen Universität Darmstadt. Können Sie unseren Zuschauern bitte erklären, wie eine solche Anlage funktioniert? Gerne. Die Windenergieanlage besteht im Wesentlichen aus einem Fundament, einem Turm, einem Generator und einem Rotor. Windkraftwerke sind meist um die 200 Meter hoch gebaut. Die entscheidenden Bestandteile sind dabei das Rotorblatt und der Generator selbst. Der Rotor mit zwei oder drei Rotorblättern bewegt sich durch die Kraft des wehenden Windes. Diese Bewegung wird durch ein Getriebe auf den Generator übertragen. Dort findet dann die Umwandlung der Windkraft bzw. der Rotationskraft in Form von Bewegungsenergie in elektrischer Energie statt. Windkraftanlagen benötigen genug Wind, damit sie funktionieren. Deshalb gibt es in Deutschland nur wenige Standorte, wo Windräder tatsächlich auch Sinn machen. Dazu zählen unter anderem Küstenregionen oder Teile des Berglandes. Denn eine Windkraftanlage benötigt im Jahresmittel mindestens eine Windgeschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde. Das Kraftwerk läuft mit drei Rotorblättern am effizientesten. Wie ihr sehen könnt, macht es Sinn, sich vor einem Interview mit dem Interviewpartner zu beschäftigen. Hierfür genügt oft ein kurzes Telefonat.